Lohnt sich das Steam Deck noch? Ich meine, wir haben schon 2023, das Ding ist über ein Jahr alt, fast schon anderthalb Jahre, es gibt das Asus Rock Ally, beziehungsweise kommt bald raus und der Handheld-Markt wird doch aufgemischt. Warum soll ich mir also ein Gerät holen, was irgendwie schon völlig veraltet ist, denn das ist schon anderthalb Jahre alt, das Gerät. Ich erkläre euch heute, warum ihr euch gerade jetzt ein Steam Deck holen solltet und nicht ein Rock Ally oder irgendwas anderes, wenn ihr in den Handheld-Markt einsteigen möchtet. Ich habe das Gerät jetzt seit 16 Monaten fast täglich im Einsatz, teilweise mehrere Stunden pro Tag im Einsatz und von daher bin ich ziemlich sicher, dass ich da zumindest für mich eine fundierte Meinung abgeben kann. Ja, ob das Steam Deck ein gutes Gerät ist, was es für Macken hat, was es für Vorteile gegenüber anderen Geräten hat und von daher lasst uns da einfach mal reinschauen. Wir gehen ein paar Bereiche durch und sprechen drüber und machen da so eine kleine Art Review raus. Das erste Mal habe ich von dem Gerät ungefähr ein halbes Jahr vor Release etwas gehört. Ich habe ein Video gesehen bei Linus Tech Tips und habe mir noch gedacht, ah, irgendwie das liegt komisch in der Hand oder das sieht relativ klobig aus. Und gerade so diese, man sieht es hier ganz schön, diese Huckel, mag sein, dass es vielleicht ergonomisch ist, aber ich bin halt ein Switch-Besitzer der ersten Stunde und die Switch ist dagegen halt wirklich klein und handlich. Kleiner Spoiler, wenn ich jetzt meine Switch in die Hand nehme, habe ich einfach Angst, dass ich die Joy-Cons abbreche und habe das Gefühl, dass das Ding nicht vernünftig in meiner Hand liegt. Nun, ich war dann in der ersten Welle dabei, beziehungsweise ich habe es mir direkt bei Kleinanzeigen gekauft in der ersten Woche, als die Geräte ausgeliefert wurden in Deutschland und bin daher seit, ja, eigentlich fast Tag 2 oder Tag 3 der Auslieferung Steam Deck Besitzer. Ich muss sagen, wenn ich das Gerät in der Hand halte, es liegt für mich perfekt in der Hand. Ich habe relativ große Hände, keine Wurstfinger oder irgendwas Besonderes. Also ich würde mal sagen normale, ja, normale Männerhände. Und wenn ich das Gerät in der Hand halte, hat es für mich persönlich das perfekte Gewicht. Das heißt, ich habe das Gefühl, etwas in der Hand zu haben und gerade bei der Switch hatte ich immer das Gefühl, das ist vielleicht doch zu klein und gefühlt sind meine Hände ein Ticken zu groß oder die Switch ist einfach ein Ticken zu klein. Aber hier, wenn ich das Gerät in der Hand habe, passt es perfekt. Also Gewicht, Haptik, wunderbar. Bei der Steuerung habe ich mich anfangs gefragt, was soll ich eigentlich mit diesen beiden Touchpads machen? Das sind so kleine Touchpads. Das ist doch nicht wirklich praktikabel, oder? Die kann ich doch nicht wirklich nutzen. Lasst euch gesagt sein, ich bin jemand, der auch auf seinem Laptop generell nur das Touchpad benutzt. Ich bin kein Mausfreund. Ich nutze einfach auf meinem MacBook das Touchpad. Und das bedeutet, dass diese kleinen Touchpads, die wir hier drauf haben, für mich absolut perfekt sind. Ich kann das Gerät in der Hand halten. Ich kann in diesem kleinen Radius, in dem ich mich hier bewege, die Maus perfekt bedienen. Und von daher ist das für mich ein ganz, ganz großer Vorteil, beispielsweise dem Rock Ally oder anderen Handhelds gegenüber, die eben dieses Touchpad nicht besitzen. Klar, man kann auch die Joysticks als Maussteuerung benutzen oder als Mausersatz benutzen. Aber das ist einfach nur ein Krampf. Das ist schlecht. Ich kann die Joysticks nicht als Mausersatz benutzen. Ich kann damit kein Strategiespiel beispielsweise vernünftig steuern. Das funktioniert bei mir nicht. Mit den Touchpads allerdings ist das kein Problem. Und da würde ich tatsächlich sagen, das ist für mich die perfekte Steuerung als Mausersatz. Wir haben aber auch, wie ihr sicherlich wisst, auf der Rückseite noch vier weitere Tasten dabei, die wir frei belegen können. Und das bedeutet, dass ich beispielsweise bei Spielen, die eine relativ kleine Schriftart haben und bei der ich dann nicht so gut vielleicht hier und da was lesen kann. Ich meine klar, es gibt immer die Möglichkeit, ich glaube per Steam und X die interne Lupe zu öffnen. Das finde ich aber ein bisschen umständlich. Und von daher lege ich mir ganz gerne beispielsweise die Lupe einfach auf den Knopf hier hinten oder auf den Knopf oder auf welchen Knopf auch immer. Sodass ich einfach nur draufdrücken muss und sich direkt die Lupe öffnet. Also durch die anpassbare Steuerung habe ich solche großen Möglichkeiten, ja letztendlich alles anzupassen, was ich bei einem anderen Gerät einfach nicht habe. Was mich am meisten erstaunt hat, als ich mir damals Portal runtergeladen habe, Portal 1 und Portal 2, ist, dass das Gerät, wie auch die Nintendo Switch, eine Bewegungssteuerung hat. Aber es ist selbst so konfigurierbar, dass ich sagen kann, nur wenn mein Daumen auf dem Joystick drauf liegt, ich muss nichts drücken, sondern ich lege ihn nur drauf, dass der Joystick merkt, okay, da ist eine Berührung. Dann ist die Bewegungssteuerung aktiviert. Sobald ich den Finger vom Joystick nehme, ist die Bewegungssteuerung deaktiviert. Und das eröffnet einfach so viele Möglichkeiten, die Steuerung anzupassen, dem persönlichen Spielverhalten gegenüber, dass das für mich völlig neue Wege öffnet. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe Disco Elysium durchgespielt. Das ist ein Rollenspiel mit sehr, sehr viel Text und dort muss man Antworten geben oder dort hat man verschiedene Antwortmöglichkeiten in Dialogen von, sagen wir jetzt mal, drei, vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Natürlich kann ich entweder mit der Maus drauf scrollen und drauf klicken. Ich kann mir dann aber auf mein Touchpad das so legen, dass sobald ich das Touchpad berühre, sich ein kleiner Kreis öffnet und ich mit dem Finger auf diese Eins, Zwei oder Drei drauf gehen kann. Sodass ich selbst in einem Rollenspiel mir letztendlich die Steuerung perfekt anpassen kann. Anderes Beispiel. Bei Red Dead Redemption kann ich das so festlegen, dass ich über das Touchpad das Waffenrad drauf lege. Also ihr seht, die Anpassungsmöglichkeiten sind enorm und Valve hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Schachzug getan. Denn durch den Steam Controller, den es früher gab, den ich selber nie benutzt habe und bei dem wahrscheinlich sehr viele Leute gedacht haben, was soll das denn, das ist doch eigentlich gar nicht so viel wert, dieses Ding und so wirklich praktikabel ist das nicht. Dadurch wurden aber schon für gerade ältere Spiele so viele Community Layouts erstellt, die man sich jetzt auf das Steam Deck einfach runterladen kann. Das heißt, wenn ich möchte oder wenn ich nicht selber die Steuerung anpassen möchte und wenn es jetzt beispielsweise keine Controller-Steuerung für irgendein Spiel gibt, sodass ich letztendlich gezwungen bin, mir eine eigene Steuerung zu erstellen, gibt es in der Regel massenhaft Community Layouts, weil sich einfach schon andere Leute die Arbeit gemacht haben, eine für sie gute Steuerung zu erstellen. Und Valve gibt einfach die Option, dass man eben genau diese Sachen auf das Steam Deck runterladen kann und nutzen kann, was in meinen Augen ein ganz großer Punkt für die Steuerung ist. Und ja, das Display des Steam Deck selber ist per Touch bedienbar. Da muss ich allerdings sagen, es gibt bisher kein Spiel, welches ich mit dem Touchscreen benutzt habe. Wenn ich dieses Gerät in der Hand habe, ich wüsste nicht, wie ich es halten soll, um es letztendlich per Touch zu bedienen. Wahrscheinlich würde ich es in dieser Form halten und dann draufdrücken. Aber dafür muss ich sagen, das ist wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen zu groß und ein bisschen zu unhandlich, um es einfach komplett per Touchscreen zu bedienen. Von daher würde ich das nicht machen. Es ist gut, dass es die Option gibt und es gibt mit Sicherheit viele Leute, die diese Option bei manchen Spielen nutzen. Ich nutze es nicht. Alleine die Steuerung ist für mich daher ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich persönlich keinen anderen Handheld kaufen würde, außer eben das Steam Deck. Denn auch das Rock Ally bietet eben nicht die Touchpads an. Das heißt, da habe ich nicht die Möglichkeit, Maus-only-Spiele problemlos zu spielen. Denn da muss ich entweder den Touchscreen benutzen oder ich muss halt einen Joystick benutzen als Mausersatz. Und das mag ich nicht, damit komme ich nicht so gut klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann können wir gerne einmal über das Display des Steam Deck sprechen. Wir haben hier ein Display, welches mit 800p auflöst, das heißt 1280x800 Bildpunkten. Ist das ausreichend? Absolut. Ist das vergleichbar mit einem OLED-Display von der Switch? Ich persönlich finde das OLED-Display der Switch besser. Aber ich muss sagen, das Display des Steam Deck ist für mich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, auch hier gibt es das Rock Ally von Asus, welches mit Full HD auflöst im Handheld-Mode. Da ist nur die Frage, möchte ich das? Sehe ich einen Unterschied? Ja, wahrscheinlich würde ich einen kleinen Unterschied sehen, der einfach gut aussieht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Akkulaufzeit, zu der wir gleich noch kommen, sehr stark darunter leidet, wenn wir die Auflösung einfach so hoch schrauben. Von daher ist das Display des Steam Deck für mich persönlich einfach ein sehr, sehr guter Kompromiss zwischen sehr guter Lesbarkeit, sehr guter Qualität und trotzdem sehr guter Akkulaufzeit. Ja, ich weiß, es gibt auch Unterschiede Steam Deck intern. Wir haben drei Modelle und nur das größte Modell hat das geätzte, entspiegelte Display. Und genau diese Variante besitze ich. Das heißt, ich habe die anderen Varianten nicht persönlich gesehen, habe mir aber von sehr vielen Leuten sagen lassen, dass das nicht der größte Unterschied ist. Und von daher man das auch beispielsweise mit einer Displayfolie erreichen kann. Ansonsten haben wir noch den internen Speicher, Steam Deck intern als Unterschied. Da muss man einfach sagen, dass sich die interne Festplatte des Steam Deck sehr leicht nachrüsten lässt. Ich habe mir damals, wie gesagt, die 512 GB Variante geholt. Mit dem Wissen von heute würde ich persönlich sagen, ich würde mir das Geld sparen, würde mir eine 64 GB Variante holen, vielleicht eine Displayfolie drauf machen und würde mir dann eine 1 TB SSD holen und würde diese selber einbauen, was mit ein wenig Geschick kein Problem sein sollte. Und das Ganze ist dann immer noch günstiger, als wenn man sich die 512 GB Variante kauft. Also abschließend zum Display. Hat das Rock Ally oder haben andere kommende Handhelds ein besseres Display? Auf dem Papier ja, aber was bringt es mir in der Praxis, wenn ich das Display beispielsweise mit Full HD befeuere und einfach eine sehr, sehr schlechte Akkulaufzeit dadurch habe? Dadurch büße ich eben ein, dass ich das Gerät portable nutzen kann und muss zwingenderweise schon in der Nähe einer Steckdose spielen. Und ich musste ein wenig schmunzeln, als ich in einem Testbericht gelesen habe, ja, das Display des Rock Ally ist super mit 1080p, aber eben weil ich dadurch so wenig Akku habe, spiele ich mit 720p. Da sage ich ganz ehrlich, dann bin ich mit meinen 800p beim Steam Deck super glücklich. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wenn ich an einem externen Monitor spiele oder am Fernseher spiele, dann habe ich die Möglichkeit, jede Auflösung zu wählen, die ich möchte. In den ganzen Gameplay-Videos, die ich aufnehme, spiele ich in der Regel immer in Full HD. Das heißt, das ist möglich, natürlich. Da muss ich halt nur schauen, reicht die Leistung des Steam Decks aus? Kann ich nativ in 1080p spielen oder muss ich vielleicht FSR benutzen? Aber was das ist, da kommen wir gleich noch zu. Vorher möchte ich noch einmal ganz kurz den Lüfter ansprechen. Ja, es gibt verschiedene Lüfter, die verbaut sind im Steam Deck und gerade am Anfang, als das Steam Deck rauskam, war es wirklich schwierig, ein Spiel zu spielen, welches relativ hohe Anforderungen hatte, weil die Lüfter einfach in einer Tour liefen und wirklich sehr laut liefen und teilweise in einer sehr hohen Frequenz liefen, sodass es wirklich nervig war. Und wenn ich ins Bett gegangen bin und wenn ich im Bett spielen wollte und meine Frau neben mir lag und schon geschlafen hat, dann ist es sogar mal vorgekommen, dass sie dadurch wach wurde durch meine Lüfter, obwohl ich Kopfhörer auf hatte. Klar, ich habe es nicht gehört und mich hat es auch so nicht gestört. Sie hat es aber schon sehr gestört. Und ja, das kann ich dann verstehen. Aber auch hier hat Valve nachgebessert. Man kann die Lüfter auch austauschen, wie so vieles andere auch an dem Steam Deck. Ich persönlich habe es nicht ausgetauscht und mit den ganzen Nachbesserungen von Valve bin ich an einem Punkt, wo ich sage, die Lüfter sind wirklich sehr, 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 sehr gut, gehen nur an, wenn es sein muss. Natürlich, das Steam Deck kann hier und da ein bisschen warm werden, das ist gar keine Frage. Aber dieses nervige Lüfterpusten oder Lüftersausen habe ich nicht mehr und ich habe auch nicht mehr von anderen Leuten gehört, dass sie damit noch ein großes Problem haben. Von daher kann man diesen Negativpunkt, der in den initialen Steam Deck Reviews aufgekommen ist, eben dass die Lüfter nervig sind, laut sind, in einer Tour an sind, den kann man streichen. Der Punkt ist einfach nicht mehr valide. Das heißt, wir haben jetzt über die Steuerung gesprochen, wir haben über die Haptik gesprochen, wir haben über das Display gesprochen, wir haben über die Lüfter gesprochen. Die Frage ist nur, was ist mit dem Akku? Wie gut ist der Akku des Steam Decks? Und da kann ich eine Antwort geben, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an, ob ihr AAA-Games spielt oder ob ihr Indie-Games spielt, ob ihr Spiele emulieren wollt, ob ihr die Wii U emuliert, ob ihr die Switch emuliert. Ich muss sagen, das Minimum oder wirklich die geringste Akkulaufzeit, die ich bisher hatte, das war, als ich Uncharted 4 und God of War gespielt habe, wirklich mit so hohen Einstellungen, dass ich trotzdem stabil meine 30 Frames hatte. Ich wollte also das Bestmögliche rauskitzeln aus dem Steam Deck und da hatte ich eine vergleichsweise niedrige Akkulaufzeit von circa zwei Stunden und zehn Minuten, zwei Stunden und 15 Minuten. Und zwei Stunden habe ich immer, Minimum, auch wenn ich die Wii U emuliere, auch wenn ich die Switch emuliere, auch wenn ich ein Spiel wie The Last of Us spiele oder generell andere AAA-Spiele, die wirklich viel Akku brauchen. Ich komme auf immer mindestens zwei Stunden Akku. Und das ist für mich okay, wenn ich wirklich eine lange Gaming-Session machen will. Dann bin ich trotzdem in der Nähe von einer Steckdose. Dann sitze ich auf der Couch, dann liege ich im Bett oder sonst was und habe zur Not, wenn es sein muss, einfach eine Steckdose in der Nähe. Es ist jetzt nicht so, dass ich sechs Stunden im Zelt auf einem Campingplatz liege und dort durchgehend mit meinem Steam Deck spiele. Natürlich gibt es mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ja, die würden auch gerne ein AAA-Game eben länger als diese zwei Stunden, 15 ungefähr spielen. Aber auch dann hat man natürlich die Möglichkeit, die Auflösung runterzuschrauben oder mit den Details runterzugehen und dann FSR zu benutzen. FSR ist eine Methode, dass man die Auflösung des Spiels nativ runterdreht und das Ganze dann auf eine höhere Auflösung hochskaliert wird. Natürlich sieht man hier und da, dass das nicht nativ die Auflösung ist, aber trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ein Spiel vernünftig laufen lassen zu können. The Last of Us ist ein Spiel, welches ich auf dem Steam Deck in Full-HD nicht spielen könnte. In nativer Full-HD-Auflösung. Nicht, weil der Akku nicht mitmacht oder weil die Lüfter zu laut sind, sondern einfach, weil ich damit nicht auf meine Frames komme, die ich brauche, um ein flüssiges Spielerlebnis in meinen Augen zu haben. Von daher gehe ich mit der Auflösung ein bisschen runter und per FSR skaliere ich dann eben auf Full-HD wieder hoch und das klappt sehr, sehr gut. Von daher muss man hier und da auch immer ein bisschen gucken und ein bisschen spielen, dass man einfach eine sehr gute Mischung bekommt letztendlich zwischen Performance, zwischen Qualität und trotzdem zwischen Akkulaufzeit. Ihr habt die Möglichkeit, auch die Leistung des Steam-Decks zu minimieren, gerade wenn es in Richtung Indie-Games geht oder in Richtung Spiele geht, die eben nicht so viel Power brauchen, und die nicht so performance-hungrig sind, die nicht so gierig nach Leistung sind. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Leistung des Steam-Decks runterzudrosseln, dass es eben nicht mehr mit voller Power läuft. Das heißt, man kann sich so ein bisschen rantasten. Wie lange läuft das Spiel noch flüssig? Wie weit kann ich letztendlich das System limitieren und trotzdem ein sehr, sehr gutes Spielerlebnis haben? Und hier nehme ich beispielsweise auch gerne Disco Elysium, welches ich übrigens exklusiv auf dem Steam-Deck durchgespielt habe. Ich habe es vorher schon auf Good Old Games gekauft, wollte es immer mal auf meinem MacBook spielen, habe ich aber nie gemacht. Dann habe ich es mir nochmal auf Steam gekauft, um es auf dem Steam-Deck zu spielen und ich habe knapp 30 Stunden mit dem Spiel verbracht. Und mit den Standardeinstellungen hätte ich eine Akkulaufzeit von zweieinhalb Stunden vielleicht gehabt. Ich konnte dann aber das Steam-Deck so weit limitieren, dass die Leistung komplett gleich blieb, dass es da keinerlei Einschränkungen gab. Ich aber plötzlich auf eine Laufzeit von viereinhalb Stunden gekommen bin. Das heißt, ich konnte zwei Stunden dort rauskitzeln, was massiv ist. Das heißt, ich habe es fast geschafft, die Akkulaufzeit zu verdoppeln. Und ja, natürlich muss man hier und da mal ein bisschen ausprobieren oder mal im Internet schauen, was sind die besten Einstellungen für dieses oder jenes Spiel. Aber es lohnt sich. Und wenn wir jetzt mal generell Richtung Indie-Games gehen, Richtung Puzzler gehen, Richtung Rooklight, Kartenspiele, Slay the Spire, Wild Frost, Tower Defense, was auch immer Spiele, dann haben wir plötzlich Laufzeiten, ohne dass wir überhaupt irgendwas machen, ohne dass wir noch irgendwas optimieren, wodurch man halt immer noch ein bisschen rauskitzeln kann. Teilweise sogar von fünfeinhalb Stunden oder ich habe es sogar mal geschafft, bei einem Spiel auf sechs Stunden zu kommen. Und das ist in meinen Augen absolut ausreichend. Wie sieht es bei dem Rock Ally aus? Hat das Rock Ally vergleichbare Laufzeiten? Ja, auch da kommt es letztendlich darauf an, mit welcher Leistung ihr die Spiele spielt. Und wenn ihr, wie ich eingangs erwähnt habe, das Display mit 1080p befeuert, ja, dann habt ihr halt nicht so viel Akkulaufzeit. Dann ist es einfach so, dass der Akku schneller leer ist. Das ist so. Und damit muss man dann halt klarkommen. Das ist aber kein Problem. Denn es liegt letztendlich in euren Händen, was ihr machen wollt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Steam Deck einen besseren Akku hat oder dass das Rock Ally einen besseren Akku hat. Klar, man kann immer auf dem Papier schauen, welcher Akku hat mehr Kapazität. Aber es spielen so viele Faktoren mit rein. Wie gesagt, unter anderem das Display, unter anderem die Leistung, mit der ich das Gerät befeuere, dass es nicht wirklich vergleichbar ist. Und da würde ich sagen, bei der Akkulaufzeit ist es ungefähr gleich. Also es geht wirklich von zwei Stunden bei AAA bis hin zu sechs Stunden bei älteren Spielen oder bei Puzzlern oder was auch immer. Von daher Akkulaufzeit ein Punkt, bei dem ich persönlich super zufrieden bin mit dem Steam Deck und mehr Akku haben ist immer gut. Gar keine Frage. Würde immer einer sagen, du kriegst jetzt den Akku mit doppelter Kapazität. Klar, würde ich nehmen. Wenn es aber dabei bleibt, so wie es ist, vollkommen okay, vollkommen in Ordnung. Reicht für mich persönlich aus. Und der letzte Punkt in Richtung Hardware sind noch die Lautsprecher, ist letztendlich das Audio. Ich habe keine Labortests dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob die im Labor oder unter Laborbedingungen besser sind als Lautsprecher von Gerät XY. Das ist mir persönlich aber auch egal, denn ich persönlich als Gamer oder mir persönlich ist es wichtig, dass es sich gut anhört. Und da bin ich mit den Lautsprechern des Steam Decks wirklich sehr zufrieden. Das ist einfach so. Ich bin ehrlich, die meiste Zeit spiele ich mit Kopfhörern, einfach weil das ein viel, viel besseres Spielerlebnis für mich persönlich ist. Aber wenn ich auf der Couch sitze und beispielsweise noch parallel ein bisschen Fernsehen gucken möchte oder sonst was und keine Kopfhörer aufsetzen möchte, dann ist es für mich völlig ausreichend, die Lautsprecher des Steam Decks zu haben. Von daher auch Lautsprecher hardwaremäßig finde ich persönlich für mich absolut ausreichend. Und dann lässt sich natürlich noch über die inneren Werte des Steam Decks sprechen. Wie gut ist der Prozessor, der drin ist? Und der vom Rock Ally ist doch sehr viel besser auf dem Papier. Und der vom Steam Deck ist ja schon über ein Jahr alt. Und das mag alles sein, aber ich habe bisher noch keinen Punkt gehabt, dass ich ein Spiel spielen wollte, welches nicht funktioniert hat. Beispielsweise The Last of Us. Ja, das lief am Anfang nicht so wirklich toll, aber das lag dann nicht unbedingt am Steam Deck, sondern generell daran, dass es einfach eine sehr, sehr schlechte PC-Portierung war, was halt mit jedem Patch jetzt verbessert wird. Oder wenn wir uns das neue Herr der Ringe Gollum anschauen, ja, hat auch super schlechte Bewertungen, hat einfach eine schlechte Performance. Liegt das am Steam Deck? Nein. Liegt das an der Programmierung des Spiels? Ja. Von daher, ich habe bisher die Spiele, die ich spielen wollte und da waren einige Triple As dabei. Wie gesagt, Uncharted, God of War, The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy. Das sind Spiele, die ich mit hier und da ein paar kleinen Anpassungen so spielen kann, dass ich auf mindestens stabile 30 Frames pro Sekunde komme. Und das reicht mir persönlich aus. Von daher, ja, natürlich wäre es besser, einen besseren Prozessor zu haben. Natürlich hat das Rock Ally einen stärkeren Prozessor. Ist das aber wirklich nötig? Muss ich den jetzt aktuell dieses Jahr haben? Nein, muss ich nicht. Und ich glaube persönlich, wenn wir über einen Steam Deck Nachfolger sprechen, dass sich nicht allzu viel ändern wird. Vielleicht wird es ein bisschen Richtung Display gehen. Vielleicht wird da ein leicht besserer Prozessor reinkommen, dass da ein bisschen mehr Power ist. Das mag alles sein. Aber sehr groß wird sich da meiner Meinung nach nichts ändern. Alleine, weil wir natürlich schon dieses Verifizierungsprogramm der Steam Spiele haben. Ihr wisst es selber, grüner Haken oder gelb oder es ist noch ungeprüft oder es ist nicht unterstützt. Würden wir jetzt ein komplett neues Steam Deck haben mit komplett neuen Spezifikationen, wäre dieses System so nicht mehr tragbar. Oder man müsste wirklich unterscheiden zwischen Steam Deck 1 und Steam Deck 2. Und von daher finde ich persönlich für mich die Leistung des Steam Decks in allen Belangen. Wie gesagt, Prozessorleistung, Hardware generell, Akku, Display, Sound. Auch im Jahr 2023. Wir haben jetzt Mitte 2023. Völlig ausreichend. Ja, würde mir einer sagen, du kriegst das Steam Deck, aber einfach mit ein bisschen mehr Power. Wäre ich doof, wenn ich sagen würde, mache ich nicht. Wenn ich mich jetzt aber zwischen dem Steam Deck und dem Rock Ally entscheiden würde, wäre das persönlich für mich kein Ausschlusskriterium für das Steam Deck. Eben aus dem Grund, weil es für mich ausreicht. Weil ich all das, was ich spielen möchte, spielen kann. Und ja, gerade wenn wir dann mal in Richtung Emulation denken, also beispielsweise Switch-Emulation, ist ja im Moment ganz groß in aller Ohren, gerade einfach durch das neue Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, okay, gerade bei der Switch-Emulation ist es natürlich gut, mehr Power zu haben. Gar keine Frage. Und Mario Odyssey läuft bei mir persönlich mit 60 Frames durchgängig und wirklich nahezu perfekt. Und auch andere Spiele wie Donkey Kong oder Advance Wars laufen bei mir nahezu perfekt. Breath of the Wild läuft auch sehr, sehr gut. Aber dann gibt es halt auch Spiele wie Luigi's Mansion 3, die laufen unfassbar schlecht. Da habe ich 8 bis 12 Frames. Liegt das an der Leistung des Steam Decks? Das eventuell ein wenig, denn die Spiele laufen auf einem hochgezüchteten Gaming-PC natürlich besser, gar keine Frage. Aber kann die Prozessorleistung des Rock Allies eben diesen Unterschied ausmachen, dass ein Spiel wie Luigi's Mansion spielbar ist auf dem Rock Ally, aber eben nicht spielbar auf dem Steam Deck? Nein, das persönlich glaube ich nicht. Denn das sind einfach hauptsächlich Anpassungen am Emulator, die gemacht werden müssen, damit ein Spiel gut läuft auf einem Handheld. Von daher würde ich sagen, der Unterschied ist gegeben. Von der Leistung her, die Spiele laufen mit Sicherheit hier und da mit ein paar besseren Frames als auf dem Steam Deck, einfach weil mehr Power gegeben ist, was sich dann aber halt natürlich auch wieder in der Akkulaufzeit niederschlagen kann. Ist das nur für mich ein Ausschlusskriterium, dass ich sagen würde, ich kaufe mir nicht das Steam Deck? Und das ist ein bisschen, das muss ich ein bisschen differenziert betrachten. Denn würde ich persönlich mir ein Handheld nur deswegen kaufen wollen, um die Switch zu emulieren oder sie generell als Emulator zu nutzen, habe ich also daher kein Interesse an der Steam-Anbindung des Betriebssystems oder an den Touchpads, weil ich sowieso keine Maus benutze, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das Rock Ally kaufen würde, eben weil es auf dem Papier ein besseres Display hat, eben weil es auf dem Papier eine stärkere CPU, GPU hat, weil es einfach auf dem Papier stärker ist. Ja, dann würde ich mir wahrscheinlich das Rock Ally kaufen. Aber ich möchte halt nicht nur Spiele emulieren, ich möchte auch andere Dinge tun. Und ich kann sagen, da kaufe ich mir guten Gewissens das Steam Deck, denn die Leistung für Emulatoren ist ausreichend. Jetzt habe ich gerade die Steam-Anbindung genannt von dem Steam OS. Ja, der Gaming-Mode ist einfach unfassbar gut, er ist super leicht. Viele Leute sagen immer, ah, das Steam Deck, da muss man so viel fummeln und da hole ich mir lieber ein Rock Ally, da ist Windows drauf. Wenn ihr das Steam Deck in dem Sinne nur zum Zocken benutzen wollt und nicht groß Emulatoren installieren wollt, dann würde ich persönlich für mich sagen, dass der Gaming-Mode sehr leicht zu bedienen ist und sehr intuitiv zu bedienen ist. Und da muss man nichts fummeln. Natürlich habe ich die Möglichkeit, hier Plugins zu installieren. Wir haben ein offenes System, über das wir sprechen. Da ist ein Linux drauf, ja, ich kann sehr viel anpassen. Muss ich diese Dinge anpassen? Nein, von daher möchte ich es kompliziert haben oder komplexer haben. Habe ich die Möglichkeit, mit dem Steam Deck eben genau dieses Ziel zu erreichen? Aber ich bin nicht dazu gezwungen. Ich kann auch einfach nur Steam-Spiele runterladen, kann diese Steam-Spiele auf dem Steam Deck spielen und muss nichts groß anpassen. Ich muss nichts fummeln. Von daher ist das Steam Deck komplizierter als ein Rock Ally. Wenn ich möchte, ja, wenn ich nicht möchte, nein. Von daher lasse ich den Punkt nicht gelten, dass Leute sagen, dass das Steam Deck einfach sehr viel komplizierter ist. Für mich persönlich, ich bin Mac-Nutzer und ich weiß, viele Windows-Nutzer werden jetzt wieder sagen, was erzählst du da? Aber ich persönlich empfinde Windows einfach als nicht besonders intuitiv und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es Spaß macht, ein Windows auf einem Rock Ally zu benutzen. Und wenn ihr unbedingt Windows benutzen wollt, dann könnt ihr euch auch per Dualboot beispielsweise auf eine SD-Karte Windows draufziehen, sodass ihr dann Windows auch auf dem Steam Deck benutzen könnt. Das ist alles möglich. Wenn ihr fummeln wollt, dann könnt ihr fummeln. Nur ihr müsst aufpassen, gerade durch diese Steam-Anbindung, und das ist wahrscheinlich auch das, worauf Valve abzielt, kauft man sich sehr viel mehr Spiele auf Steam. Besonders ich. Als ich mir das Steam Deck gekauft habe, hatte meine Steam-Bibliothek um die 35 Spiele vielleicht. Jetzt sind es, glaube ich, 170 oder so. Da müsste ich mal nachschauen. Das ist viel, ja, und von daher gerade wenn Sale ist, dann kauft man sich einfach sehr viel schneller mal ein Spiel, aber das ist halt auch das, worüber Steam oder Valve dann letztendlich das Geld machen möchte. Da muss man sich einfach nur bewusst sein, muss ja nicht negativ sein. Und da kommen wir halt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die verfügbaren Spiele für das Steam Deck, das sind einfach unfassbar viele. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ja, ich bin Mac-Nutzer und deswegen war für mich ein Großteil der Spiele, die es auf Steam gibt, ja, ein Großteil der Spiele war einfach nicht für mich verfügbar. Eben weil diese Spiele nicht auf dem Mac laufen und auf dem Mac ist es halt auch nicht besonders toll zu zocken. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Dadurch, dass ich mir dann das Steam Deck gekauft habe, hat sich plötzlich so eine riesige Welt an Spiele für mich geöffnet. Eben dadurch, dass das Steam Deck auch Windows-Only-Spiele in der Regel perfekt wiedergeben kann, eben durch Proton. Und das ist ein Grund, dass so viele Spiele plötzlich spielbar sind, die eben nicht spielbar waren. Es ist nicht so, wenn ihr euch eine Xbox kauft oder eine Playstation kauft, dass ihr dann wirklich auf dieses Line-Up angewiesen seid, auf diese nicht paar Spiele. Es gibt ja schon ein paar Spiele mehr und auch gerade, wenn die Konsolen abwärts kompatibel sind. Aber man muss einfach sagen, es gibt unfassbar viele Spiele auf Steam und von daher ist das wie ein Kaninchenbau, in den man reingeht. Es gibt wirklich massenhaft Spiele. Das Spielangebot ist extrem gut. Ist das nun ein Vorteil für das Steam Deck oder auch ein Vorteil für das Rock Ally? Ja, das Rock Ally ist ja in dem Sinne auch ein Gaming-PC und daher kann man auch die ganzen PC-Spiele spielen. Ist jetzt weder Vorteil für das eine System noch für das andere System, aber ich habe einfach gerne alles an einem Ort. Ich habe gerne alles in meiner Steam-Bibliothek drin und wenn ich dann natürlich die von Haus aus gegebene Anbindung habe von der Steam-Bibliothek zu meinem Steam Deck, ist das für mich persönlich als Nutzer extrem leicht und extrem nutzerfreundlich, das System so zu nutzen. Von daher, wenn wir mal auf die Anfangsfrage zurückgehen, lohnt sich ein Steam Deck noch in 2023? Jetzt nach fast anderthalb Jahren Nutzung sage ich persönlich absolut, absolut. Das Steam Deck war für mich nach über 30 Jahren Technikerfahrung eines oder nicht eines, sondern wirklich das System, welches am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das ist nur vergleichbar damals mit der Einführung der Wii, als wir diese komplett neue Steuerungsmöglichkeiten mit den Nunchucks hatten. Aber das Steam Deck ist für mich persönlich einfach, ich möchte nicht übertreiben, aber ja, eine Offenbarung. Denn ja, ich bin Vater, ich habe drei Kinder, ich habe nicht die Zeit, vielleicht wie andere Leute, dass ich mich mehrere Stunden am Tag an meine Xbox setzen kann. Ich habe eine Xbox Series X, aber die benutze ich so gut wie nie. Darauf spiele ich in der Regel FIFA und das war's. Und bei dem Steam Deck habe ich die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen und dann, wenn ein Kind was von mir will, wenn es an der Tür klingelt, wenn ich mir was zu trinken machen möchte oder, oder, oder. Ich drücke oben den Knopf, dann geht das Ding direkt in den Sleep Mode aus dem Spiel und wenn ich dann irgendwann wieder den Knopf drücke, geht es eben genau an dieser Stelle weiter. Und gerade dieses, dass ich einfach mal eine Fünf-Minuten-Session einfach spielen kann, wenn ich das möchte, oder eine Zehn-Minuten-Session, das gibt mir persönlich eine Freiheit, die ich mit keiner Konsole erreiche, die ich vielleicht mit einem Handy erreichen könnte. Aber welche wirklichen Spiele spiele ich auf dem Handy? Das ist nicht vergleichbar. Und das gibt mir einfach persönlich eine Freiheit, mir selber mein Spielen einteilen zu können, egal ob es fünf Minuten sind, egal ob ich mich eine Stunde am Stück hinsetzen möchte, die ich mit keinem anderen Gerät bekommen kann. Und von daher, ich würde mir das Steam Deck definitiv wieder kaufen. Definitiv. Und wenn ich jetzt einsteigen würde, denn wir wissen, der Handheld-Markt, der kommt jetzt erst so richtig in den Schwung. Die Switch hat damals den Anfang gemacht, war aber halt eine Konsole. Das Steam Deck kam dann dazu und jetzt kommt das Rock Ally und die ziehen halt auch andere Hersteller nach. Von daher, ja, jetzt in den Handheld-Markt einzusteigen als Gamer macht definitiv Sinn. Aber ich sage euch ganz ehrlich, überlegt wirklich, ob ihr euch das Steam Deck kaufen möchtet. Denn wenn ich mich informieren würde und wenn ich schauen würde, welche Möglichkeiten gibt es, was kann ich kaufen, was kosten welche Geräte, dann würde ich mich auch heute im Jahr 2023, Mitte 2023 direkt, ohne groß nachzudenken, wieder für das Steam Deck entscheiden. Und wenn mir kein anderes Gerät genau diese Vorteile alle geben kann und vor allen Dingen auch diese Trackpads geben kann, sodass ich auch wirklich Strategie-Spiele oder Mouse-Only-Spiele so spielen kann, als wenn ich vor einem Rechner sitze, werde ich mich immer wieder für das Steam Deck entscheiden oder würde ich mich immer wieder für das Steam Deck entscheiden. Und für kein anderes Gerät. Das Rock Ally hat seine Berechtigung. Das Rock Ally ist ein super Gerät. Es sieht toll aus, gar keine Frage. Es liegt bestimmt gut in der Hand. Es hat wirklich viel Power. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich würde das Steam Deck dem Rock Ally aktuell immer vorziehen. Und habe ich spezielle Wünsche an das Steam Deck 2? Nichts Essentielles. Wenn ihr mir einen besseren Akku geben wollt, nehme ich. Wenn ihr mir per Power geben wollt, nehme ich. Wenn ihr mir ein OLED-Display geben wollt, nehme ich. Brauche ich diese Dinge? Würde ich mir jetzt dieses Jahr ein neues Steam Deck kaufen, wenn eins rauskommt? Wenn ein Nachfolger rauskommt mit etwas besserem Akku, etwas mehr Power und einem etwas besseren Display? Nein, würde ich nicht. Ich würde mal beim Steam Deck bleiben. Und ich bin jemand, der hat sich früher zweimal im Jahr ein neues Handy gekauft. Sobald was Neues rauskam, musste ich es unbedingt haben. Aber ich bin mit diesem Stück Hardware so zufrieden. Und ich bin in dieses Stück Hardware auch nach anderthalb Jahren immer noch so verliebt, dass ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen kann, ich bleibe diesem Gerät noch lange, lange, lange treu. Und Valve muss wirklich überlegen, was sie sich einfallen lassen, was die für den Nachfolger letztendlich bieten wollen, um mich davon zu überzeugen, dass ich mein geliebtes Steam Deck abgebe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell passieren wird. Von der Leistung her ist einfach für mich aktuell noch kein Ende in Sicht. Und ja, gerade bei den ganz neuen Spielen, die wirklich Hardware-hungrig sind, da muss man schon mal schauen, okay, wie kann ich hier und da was anpassen, dass es ein bisschen besser läuft. Ja, okay, das ist so. Aber für den absoluten Großteil der Spiele ist das Steam Deck einfach absolut perfekt. Und ich glaube, wenn jemand, der nur die neuesten Sachen spielen möchte und am besten in High Quality, alle Details auf High oder sogar auf Ultra und am liebsten in 4K, dann wird diese Person wahrscheinlich eher nicht darüber nachdenken, sich ein Steam Deck zu kaufen, sondern wird wahrscheinlich eher darüber nachdenken, sich ein Gaming-PC zu kaufen. Und von daher kann ich nochmal abschließend als Fazit sagen, ja, das Steam Deck ist für mich persönlich der Handheld der Stunde. Er war es letztes Jahr, er ist es dieses Jahr und ich glaube, ganz ehrlich, dass das Steam Deck auch weiterhin die absolute Referenz bleiben wird. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Was haltet ihr gerade vom Vergleich Steam Deck und Rock Ally? Habt ihr bereits ein Steam Deck oder überlegt ihr euch ein Steam Deck dieses Jahr zu kaufen? Und ist das Steam Deck eher bei euch in der Pole Position oder ein anderes Gerät wie beispielsweise das Rock Ally? Meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.